und wieder da schauen wir mal was der typ von uns will immer diese kiste so das ist die höhle jetzt müsste der typ eigentlich gleich auftauchen ist nichts persönliches stirbst du vielleicht mal ja ich habe nur So, gibst du mir meine Magnums wieder? Nein. Da, 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 da. Ja, sehr geil. Da ist ein Hebel. Wie soll ich da hochkommen? Oh Gott. Okay, runterfallen bedeutet tot. Und da ist eine Nische. Hier ist ein Loch. Äh, kennen wir schon. Das haben wir hier vielleicht irgendwo runterlassen können. Nein, 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 nein. Äh, ja, liebe Freunde. Das war's schon wieder. Okay, vielleicht hab ich Glück. Hab ich natürlich nicht, aber ich versuch einfach weiter. Ich soll springen dann. Ah, ich will nicht sterben. Ich bin doch so jung. Wie alt ist Lara eigentlich? Ah, na, wie hab ich das gemacht? Hier ist noch eine Höhle. Äh, hier komme ich her. Was war denn dann das da? Da war doch noch der Eingang. Ach so, das war die Sackgasse. Von neulich. Vielleicht hat sich jetzt was getan. Nee. Okay, ich muss hier irgendwie runter. Ah, da ist auch eine Spalte da unten. Kann ich erkennen. Da nicht ein Speicherkristall, das ist schon mal schön. Allein nicht hochziehen. Aber ich muss, damit ich mich umgucken kann. Stehe ich hier richtig? Ja. Wow. Speichern. Nee. So, jetzt kann mir schon mal gar nichts mehr passieren. Wo soll's hingehen? Da ist da nicht ein Medipack. Mal gucken. Der Trick funktioniert sogar noch. Oder besser gesagt, schon. Hier ist auch schon. Hier ist auch schon eine Spalte zum Hangeln. Dann weiß ich noch was. Dann weiß ich noch was wird. das sieht echt cool aus diese bälle da die da hoch hüpfen die sind bestimmt auch schon tödlich das ist auch eine spalte jawohl da ist ende also hier runter lassen auch keine schräge ziemlich genau umgucken da ist ein spalt die sieht aber verdammt weit weg aus dann kann ich da runter müsste klappen an den wollte ich genau zerbrennt sich den bauch ich würde mich da nicht langhangeln wir haben es geschafft wo ist die nächste kugel ach es geht noch weiter ach das ist eine rutsche so zurück geht schon mal wieder nicht mehr da ist auch nichts also mal hier rein ok jetzt aber hier unten wie ich sagte diese kugeln da sind bestimmt tödlich das werde ich jetzt irgendwie noch nicht ausprobieren abonniere